Der nächste Transfer steht vor der Tür. Denn jetzt scheint der Wechsel von Kevin Sesser zu Hertha BSC durch zu sein. Die Entscheidung des Spielers steht und Heidenheim ist auch bereits informiert. Vorbehaltlich des Medizinchecks ist es ein Dann-Deal. Der Medizincheck selbst ist wohl für morgen, also Montag, geplant. So zumindest laut Zwei-Experte Florian Plettenberg. Er soll einen Vertrag bis 2027 unterschreiben. Und der 23-Jährige kommt ablösefrei. Wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt, dann schaut gerne bei meinem letzten Video über den Transfer von Kevin Sesser zu Hertha BSC vorbei.